Hallo und herzlich willkommen Andreas Dienbecher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Heute wieder was Spannendes und zwar folgendes. Ihr wisst ja, im World Wide Web unter den Fitnesspäpsten und den sogenannten Online-Personal-Trainer gibt es natürlich viele, die irgendwas ganz Neues erfunden haben. Was super Neues, was es natürlich noch nie gegeben hat. Deswegen bin ich jetzt auch mal an der Reihe. Jetzt habe ich nämlich auch was Neues erfunden. Und zwar was extrem Gutes, wichtiges, der Name natürlich. Und bei mir heißt das Ganze, dass ich mach dich extrem krass. 360 Grad, 3x20 Minuten Paket pro Woche. Schaut rein. Geht's. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.